Jo Leute, was geht ab? Über am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite Mörder, Leute. Heute nochmal in alter Konstellation. Zusammen einmal mit André, was geht ab? Dann zusammen mit Odoman, Leute. Oh, heute wieder alle killen, weil ich Mörder bin. Gar kein Bock, Digga. Es stimmt halt einfach. Und zu guter Letzt, Leute, mit Live-Flug, was geht? Moin! Und ich würde sagen, wir labern nicht mehr drumherum. Ihr seht's im Mittag, Leute. Wir spielen heute mal im Sommercamp. Ja! Weil wir wurden alle zu Hause rausgeschmissen. Unsere Eltern haben uns hier reingesteckt. Und es gibt sogar ein Odomans Adventure Trip. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Wir werden es gleich sehen, Leute. Im Großen und Ganzen hast du es so aufgebaut. Wir haben hier quasi eine eigene Insel, wo es halt verschiedene Parts gibt. Ihr seht's ja schon. Wir haben eine Seilbahn, einen Campingplatz, dies, das, sogar eine Disco. Und ich würde sagen, Leute, ihr wisst, wie Mörder funktioniert. Wir machen keinen Erklärungspart, weil jeder versteht es sowieso. Und ich würde sagen, wir labern nicht mehr drumherum. Wenn Odoman heute wieder zweimal der Mörder ist, ich schwöre, ich werde nie wieder Mörder hochladen. Ich mache nicht mehr mit. Ja, Ehre, Digga. Wir fangen an und let's go, Leute. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir labern nicht so lang drumherum. Seid ihr bereit? Ja, ja, ja. Dann, wir fangen an. Wo ist Odoman? Sag ich's dir nicht. Sag mal, wer ist Odoman? Der da hinten. Ich achte, okay, ich achte jetzt drauf. Guckt nach oben. Guckt nach oben. Okay, drei, zwei, eins. Let's go, Digga. Sucuk Salami mit Tupfisch, Salat, Käse und dann Mayonnaise in die Tube von Ketchup reingemacht. Ah, wer wäre das nicht, hätte ich es nicht erraten. Okay, Leute, dann würde ich sagen, Waffe ist weg. Wir gehen in die Boxen und was muss man drücken? Woher willst du denn wissen, dass die Waffe weg ist? Ja, weil ich sie im Inventar ab, du Idiot. Au. Rechts steht wieder Opfer in der Wand, falls ihr es nicht seht. Ja, weil du einer bist. Ja, weniger, aber. Äh, ne, äh. Ich geh jetzt Odoman. Dann würde ich sagen, wir gehen recklos. Ah, wir müssen hier einmal zur Seilbahn und dann können wir auf die Map. Und ich würde sagen, boah, Digga, es sieht richtig krass aus, oder? Übel nice. Let's go, wir gehen rein. Äh, ja, jetzt, okay. Ihr seht, by the way, auch hier nochmal den Mapcode eingeblendet, Leute. Ihr könnt gerne die Mörder-Map selber mal ausprobieren. Ähm, einfach eingeben, dies da ist, ihr wisst Bescheid. Und ab jetzt, alle, ihr kennt es auch, Digga, eine Minute lang hat der Mörder Zeit, seinen Schlüssel zu Fressdecken, ansonsten er hat es verloren. Eingang. So. Digga, ich will einfach in meinem eigenen Adventure, Digga. Ich will auch in dein Adventure, wusstest. Nein, ich sag dir nicht, wo das ist. Sag mal, wo das ist. Ich bin auch da, Eingang. Sag, wo das ist. Ich sag das nicht. Guck doch Schilder, so dumm Kopf. Warte, ich komme mir nicht klar. Okay, hier ist Slurp. Wir müssen jetzt links abbiegen. Digga, es ist so geil gemacht. Okay, Odomans Adventure, wir müssen hier links. LOL. Er hat eine eigene Halle? Odomans Adventure Trip. Okay, komm, Odoman, komm, wir gehen zusammen rein. Okay, warte, warte, wo bist du? Ich bin direkt davor, hier. Warte, ich komm. Du hast Schlüssel versteckt, warte. Ja, Digga, das Ding ist jetzt einfach real. Okay. Okay, komm, jetzt kommen wir rein, Eingang. Und, worüber, rechts kommen wir gehen rechts rüber. Nein, hä? Oh, ausgang. Es geht immer links, du dumm Kopf. Hä, es geht immer nach rechts? Es geht immer nach links. Nein, man fett. Und was ist mit mir? Kid Mave sitzt hier. Auf Wiedersehen, Odoman, wir werden dich nicht vermissen. Oha. Ciao, Mama, Odu, Papa, Odu. Digga, wie cool ist das denn, Digga? Was hat das Bauti mir gemacht, Junge? Oh, ich bin müde, ab mit dem Zelt und Steuererklärung. What the fuck? Digga, das ist lustig, weil du zahlst ja gar keine Steuern. Oh, das sollte ich mit dem Video nicht sagen. Spaß, Leute. Hier, okay. Lukas, hier ist ein geheimes Item, Digga. Guck jetzt. Guck jetzt, Lukas. Ja, ja, ja. Oh. Ja, ich habe 100 Schuss jetzt in meiner Ausgleichs. Okay, es geht aber noch weiter. Was? Krass, Digga. Hey, kommt, das hat euch gefallen. Warte mal, hier ist noch. Ich glaube, hier kann man noch hoch, Digga. Nee. Hey, warte, ich stand klar. Egal. Odoman? Odoman? Ja. Boah, ich dachte schon, weil du M gesagt hast, du wurd's abgeknallt oder so. Ich war nicht mal entspannt. Okay, okay, okay. Leben noch alle? Nein, Lukas ist richtig ruhig. Ich bin aber noch da. Ja, alles gut. André? 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 Oh, nein, oder? Das Ding ist, ich war die ganze Zeit mit Odoman zusammen, dann kann's ja nur Luca gewesen sein. Ich bin die Map so arm am Kunden, ich war's mit Sicherheit nicht. Okay, Lukas, Lukas, lass Schlüsse suchen und dann Live-Loop tippen. Das Ding ist, Leute, er kann halt überall auf der Map sein. Ja, weil wenn wir den jetzt finden, dann kann's ja nur du sein. Ja. Weil ich und Odoman waren ja wirklich dauerhaft zusammen. Ey, ja, oder André? Ja. Ja, aber... Hey, André, du bist doch tot, oder? Nein, echt. Ich mach generell mal wieder Sounds lauter. damit ich höre, falls der Mörder schießt. Aber das kann aber auch sein, dass der sich jetzt totgestellt hat, während wir so Spiel und Spaß hatten gerade. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, Digga. Doch, warum? André, André? Dann direkt singt's auf mich. Nee, Digga, André ist nicht so der Spieler. Ich hab'm Schlürfsaft gefunden. Kann ich ihn trinken? Oh, ich auch. Oh, André? Das geht, Digga, was macht den? Oh, Digga. Was soll denn der Scheiß, Digga? Warum stellst du dich tot? Hm, 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 hm. Ich weiß, wer der Mörder ist. Wer denn? Odoman. Hä, warum? Hey, ich schwör auf alles. Ganz kurzer Real Talk. Ich war mit Odoman die ganze Zeit zusammen alleine. Der hätte mich easy killen können. Nee, könnte er nicht. Doch. Nein. Boah, ich schwör, wir waren alleine. Also, da geb ich's aber an, du recht, könnte ich nicht, weil wir zusammen waren. Für safe, das Ding ist, es war zu offensichtlich. Hätte er dich da gekillt, hätten wir das gewusst. Ja, easy. Deswegen konnte ich dich killen, Lukas, Digga. Odoman schlägt mir meine Taktik ein, Digga. Ja. Ja, Lukas, bist du jetzt verwirrt, Digga? Wer ist hier bei mir? Hä? Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Was? Was jetzt? Wer ist wer? Auf den Balkon, auf den Balkon. Ich bin hier im Wasser. Das bin ich nicht. Lukas? Hä, ich bin das auch nicht. Das wollte ich nicht. Ey, ey. Äh, oh mein Gott, Lukas, du bist so schlecht, Digga. Ich hab mich schluss, aber übel laut gehört, Digga. Ja, Lukas, du bist so schlecht, Digga. Ja, ja, stimmt, ich bin's. Ich bin's? Ja, ich bin's. Ich habe... Oh mein Gott, Lukas, du bist so schlecht, Digga. Ich bin ein kleiner Pisser. Wo ist er gestorben? Wo ist er gestorben? Wer ist gestorben? Leihflug, Digga. Hä? Wir sind noch alle am Leben. Luca? Luca? Ich hab Schüss, die gehört, 100%. Ja, ich hab auch Schüsse gehört. Junge, es war 100% Odoman. Wer ist das? Ich bin das. Lass mal die Leiche grad bitte suchen. Es muss hier irgendwo passiert sein. Die Waffe ist doch hier im Wasser, das sieht man doch. Wo denn? Oh, oh. Wo ist hier? Nein, gib mir... Das ist meine, du kleinen Pisser. Guck mal, Odoman rennt hier vorbei, sieht... Wo ist hier? Wo? Du warst doch gerade hier bei uns, Digga. Hä? Ich war bei dem Laden gerade, Digga. Oh mein Gott. Schauspiel Skills auf Level minus 9000, Digga. Aha, ja, mhm, ja. Lukas, wo bist du? Ich schieße dir in den Kopf. Digga, hör auf. Das ist anstrengend, Digga. Ich sag dir so, Lukas ist aus 3000% Mörder. Äh. Hä? 100% 3000. Bruder, warum soll ich denn der Mörder jetzt sein? Das ergibt gar keinen Sinn. Ey, auf, korrekt, ich bin nicht der Mörder. Doch, Digga. Ja, okay. Ey, es ist so sinnlos. Oh, du Mann. Wir machen jetzt ein Spiel. Lukas. Lacht wieder wie in so einem... Kommt alle an einen Eingang. Kommt alle an einen Eingang. Nö, der knallt sich nicht ab, wow. Nein, ich knall dich nicht ab. Komm jetzt her. Lukas, komm jetzt her. Ich finde jetzt den Schlüssel und dann geht mir alle auf den... Lukas, du musst auf mich hören, jetzt komm her. Warte. Ich glaube mal. Wer ist das? Ich bin das. Jetzt einfach, oh, du Mann, das Fitnessstudio, man kommt rein, dann steht da, als ob der Keck abnimmt. Ehre, Digga. Lukas, komm mal an Anfang. Ja, okay, warte, warte, warte. Das Ding ist, wir finden den Schlüssel nicht, Lukas. Wo ist der Schlüssel, Digga? Ich finde ihn, ich werde ihn finden. Weißt du, was es bedeutet, wenn wir ihn nicht finden? Ich bin am Eingang. Hier. Du hast ihn versteckt. Komm her. Hier. Komm mal. Ja. Komm mal. Pass mal auf. Okay? Ziel nicht so, Ziel nicht so. Ja, Digga, ich habe das, dass ich mich einfach abknallt. Okay, stopp, Jungs, Jungs, Jungs. Sensation, Sensation. Ja. Das ist Mörder. Äh, nicht Mörder. Äh, 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 Detektiv meine ich. Ich bin Mörder. Hä? Wo war der Schlüssel? Der Schlüssel war so versteckt, Digga, dass es nur ein Lukas sein könnte. Oh, du warst, Ziel auf Lukas. Ziel auf Lukas, bevor ich meine Story erzählt habe. Okay, okay. Guck mal, das Ding ist, eben hat er sich kurz einmal umgedreht und guckt, was ich mache. Ja? Daweil er gucken wollte, ob ich auf ihn zielt, sonst hätte er dich abgeknallt. Bist du dir sicher? Ja, 100%, Digga. Hä? Wo? Du hast eben gerade so einmal so und dann hast du so geguckt und dann hast du dich wieder umgedreht und dann auf Odeman weitergezielt. Pass auf, pass auf. Wie auf Odeman weitergezielt? Ihr wart doch beide hier, denkst du, ich bin blöd? Digga, erzähl mir nichts. Ich sehe das in deinen Augen. Junge, du kannst gar nichts in meinen Augen sehen, du kleiner Pisser. Du bist der Mörder, Odeman. Vertrau mir, ich schwöre, vertrau mir. Wir machen jetzt ein kleines Spiel. Hallo, wir spielen jetzt. Wir spielen jetzt. Odeman sagt. Stellt euch vor mich. Okay. So. Odeman sagt, geht in die Knie. Spring. So dumm. Odeman sagt, steh auf. Odeman sagt, geh einen Schritt vor. Zurück. In die Knie. Spring. Oder man sagt, in die Knie. Oder man sagt, eins nach vorne. Nein. Nein, ich habe keine Munition. André, André. Wo ist er? Ich habe zweimal daneben geschossen. Wo ist er? Wo ist André? Wo ist André? Leute, oh mein Gott, ich sehe André nicht. Oh, Cass, du hast den Schlüssel auf. Ich habe mich gerade auf Real Talks erst mal einfach erschrocken. Ich drehe mich um auf einmal aus nirgendwo André vor mir. Hello there. Boah, Bruder. Warum habe ich eigentlich Odeman sagt gespielt? Was für ein Scheiß. Wir spielen Mörder, Digga. Ey, was eine Runde. Okay, Leute, würde ich sagen, haben wir leider verkackt. Ey, ich habe mich so gefreut, dass ich Mörder bin. Und dann direkt, 3000 Prozent, weil wir sind Mörder. Aber egal, Leute. Ich würde sagen, das war es mit der ersten Runde. Wir machen gleich weiter mit der nächsten und let's go, der Hasse. Okay, Leute. Die zweite Runde Nummer 2, Seid ihr bereit? Ja. Nachdem ihr gerade fast in der ersten Runde rasiert wurde, Digga. Aber was willst du jetzt essen? Was willst du essen? Äh, nichts. Okay, sag, weiter. Ja, wir fangen an in drei. Guckt nach oben. Drei, zwei, eins, let's go. So zuck Döner mit Joghurt und Soße und Knoblauch und Fruchtfleisch und mager Quark, weil Lukas ist fett. Ist schon weg, aber warum tauscht der hier vor mir nicht die Waffen aus? Egal. Wer hier reinguckt, du kleiner Appesser. Na, guck, jetzt wissen wir wenigstens. Es war André. Danke fürs Antworten, Bruder. Ich würde sagen, wir laden mal nicht drüber rum. Wir gehen wieder auf die Map. Der Mörder wieder eine Minute daraus. Scheiße, Schei, Bruder, dich zu verstecken. Ansonsten, er hat verloren. Hä? Ich... Digga, ich komme irgendwie nicht auf die Insel. Ich weiß ja nicht. Hä? Wir sehen uns dann, ne? Tschüss. Digga, bin ich blöd? Ja, die Insel lässt keine Mörder auf die Insel. Ist halt ehrlich so. Oh, Lukas? Hä? Es funktioniert nicht. Warum nicht? Drück doch eh, du dumm Kopf. Ach, man muss eh drücken. Oh. So, Leute, let's go. Eine Minute läuft. Genau um 37 muss der Schlüssel versteckt sein. Und ich würde sagen... Ich habe mich im Auge. Ja, ja, ich habe mich immer im Auge, mein Freund. Was steht da? Im Auge, Digga. Hier ist das Niveau von Z-Max seinen Videos. Boah, da nur flott. Einfach so mitten im Wasser auf dem Boden. Ah, ich liebe mein Bautil. Immer für einen Spaß zu haben. So, schnell weg, sonst frisst Odomann mich auch noch auf. Hier ist ein Lama. Oh mein Gott. Digga, wenn der Mörder... Ich habe hier, by the way, eingehört. Einer ist im Zelte-Camp. Oh, wer ist das? Lukas, ich habe gesagt, ich habe dich im Auge gesehen. Digga, geh weg von mir. Odomann ist bei mir weg. Oh, wie schlecht. Er lebt noch und rennt mit, Digga. Das ist eigentlich scheiße. Odomann. Digga, ich habe ihn nicht umgebracht. Das wäre halt so 100% so ein Lukas-Kill, Digga. Digga, es ist nicht ein Lukas-Kill. Es ist nicht mal die Minute vorbei, du hast ihn umgebracht. Es war letztes Mal genauso. Ey, Junge, fuck mich mal nicht ab. Es ist nichts passiert. Odomann lebt noch. Er steppt sogar noch hier rum, du kleiner Pico, Alter. Wo bist du? Okay, Odomann, wenn ich dich jetzt sehe, schlage ich dich. Da, er schwimmt weg. Da, er schwimmt weg. Er kommt jetzt zur Mitte. Da. Er springt, aber ist gerade zu blöd, hochzukommen. Jetzt da oben. Genau da. Sag ich mal ab, Digga. Guck, er macht tanzt. Wo ist er, wo ist er? Ach, da ist er. So, Leute, aber Odomann hat sich ein bisschen Verdächtigkeit gemacht. Ich gucke mal kurz die Insel komplett ab, in jeder Ecke, ob wir hier vielleicht ein Schlüssel finden. Wer ist das hier? Weil, Leute, ihr seht schon, die Minute ist rum. Warte mal ganz kurz. Odomann, wir hatten gerade wieder den Spaß unseres Lebens. Die anderen zwei waren nicht da. Live-Log hat gar nicht geredet. Ich habe doch gerade geredet. Wer ist hier vor mir? Steg, Steg. Steg, Steg, Stegosaurus, Steg. Ich kann mir vorstellen, dass es... Ich gucke mal hier so. Ich habe aber nur eine Frage, Digga. Ist die Map für dich gebaut oder für mich? Ne, ist überall mein Name, Digga. Überall. Ne, ich schwöre, überall. Digga, ja, mein... Warum hast du geschossen? Weil ich wollte Spaß machen. Mein Bautim weiß halt, wie man keine Klicks sieht. Das war doch nur ein Spaß. Hast nicht, äh, hallo? Ist er beleidigt. Egal, sobald ihr den Schlüssel habt, muss er wieder mit mir reden. Ansonsten gibt es einen Schuss. Digga, echt, Kuss geht mal raus von meinem Bautim, Leute. Ich habe das Ganze bei DOE immer wieder verlinkt. In jeder Beschreibung von jedem Video ist mein Bautim verlinkt. Dann checkt das Ganze ab. Falls ihr Bock habt, ins Bautim zu kommen und selber mal solche Mörder-Maps zu bauen, sagt Bescheid. Wer ist das? Ich bin das, ich bin das. Okay. Dann sag, stopp. Warum hast du deine Pistole nicht draußen? Ich laufe immer so rum. Das fragt mich jedes Mal jeder in jeder Mörder-Folge. Das ist verdächtig, Digga. Okay, sorry. Ich bin Mörder. Aber wo ist der Rest? Oder man redet nicht, weil er beleidigt ist. Und wo ist live? Luca? Ich habe euch bald gesehen. Oder man? In der Nähe. Stopp, wer ist das? Oder man bleibt stehen, ich schieße, ich schieße. Digga, wenn er nicht reden muss, schieße. Oder man rede, rede. Das bin ich, das bin ich hier vorne. Hä? Entweder hat der Mörder den perfekten getimten Kill gemacht. Genau dann, wo Oder man beleidigt war, den einfach abzuknallen. Oder 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 man ist einfach beleidigte Leberwurst. Das ist halt beides möglich, Digga. André macht sich schon verdächtig mit seinem. Verfolgt mich hier die ganze Zeit. Schinderleuer. Oh, André? Ich verfolge hier. Komm mal kurz zum Haus. Welches Haus, Digga, es gibt 200. Egal, da ist eine Mülltonne steht drin, André Bautheam. Uuuuh, Digga. Weißt du auch, was da steht? Ja. Warte, ich bin hier im Haus. Du bist du. Du bist, Digga. Ich bin hier. Komm mit. Zeig, ja. Domi, hier drin. Da. Oha. Und jetzt hast du dich noch verdächtiger gemacht. Ja. Ich glaube, du bist der Mörder. Und hast mir jetzt extra nicht gekillt, damit ich jetzt denke, dass du nicht der Mörder bist. Aber ich denke immer noch, dass du der Mörder bist. Hm. Das ist natürlich logisch, würde ich auch so sagen. Oh mein Gott. Das Ding ist, ist dir schon mal aufgefallen, dass Live-Luke immer irgendwo rumläuft und nix sagt? Ja, aber wo seid denn hier gerade? Das hat keiner gesehen. Sag, hast du den oder nicht? Ich muss es wissen, falls du jetzt stirbst. Ja, ich habe den. Okay. Oh mein Gott. Ich kann es auch beweisen. Wo bist du? Ja. Ja, vertraue ihm doch nicht so. Wenn ich jetzt andere sehe, ich knall den einfach ab. Vertraue ihm doch nicht so. Ich werde einfach andere hier vorne. Wer ist das? Ich bin das, ich bin das. Dich nicht schießen. Alles gut. Nee, nee, nee. Ich sag ihm nur als Beweis. Vertraue nicht Lukas, Mann. Nee, nee. Der ist richtig ekelhaft. Wo ist denn Lukas hin? Guck mal, auf einmal ist er nicht mehr da. Weißt du, was ich meine? Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Er fragt, ob ich den Schlüssel habe und dann verfolgst du mich die ganze Zeit. Ja, weil wir doch Lukas suchen. Soll ich stehen bleiben? Ja, nee. Wir können ja gerne getrennt suchen. Okay. Machen wir. Ich höre ihn, glaube ich. Er ist hier im Haus. Nee, ich bin auch hier im Haus. Ja, er auch. Ich höre zwei Schritte. Das bin ich. Oh, Anträ, Digga. Weißt du, man hört es halt einfach, dass du den gerade im Haus umgebracht hast. Man hört es und Lukas' Stimme ist einfach zu unschuldig, wenn er sagt, nee, das bin ich. Weil kein Mörder würde vorher sagen, das bin ich und dann einen Kill machen. Mann, Anträ, was soll das? Na, traust du dich rein? Wo bin ich, Lukas? Oh, schon wieder er schrückt, Mann! Hey, bitte mal nochmal, Anordi, mein Cutter, mach mal Slowmotion rein. Ich schwöre, ich habe mich gerade schon wieder erschrocken, als hätte, keine Ahnung, gerade einer mir im Rücken gestochen, Digga. Oh, mein Gott, was war das für eine Runde, Alter. Und beide Male hat mich André gekillt, oder? Äh, ja. Aber jetzt warte, bevor wir jetzt Abmord machen, wo hast du eine Schlüssel versteckt? In dem Haus, am Rund am Strand. Ja, der war einfach so offensichtlich. Mitten im Haus, Tür auf, der lag direkt da. Damit ich sagen, war es das mit der heutigen Folge Fortnite-Mörder. Digga, Highlight, ich war nicht mal einmal Mörder heute, Digga. Ey. Digga, warte mal, dann müssen wir noch eine Runde zocken, oder? Das ist halt sonst kein Mörder. Ohne man keinen Mörder ist, Digga, was ist denn da los? Ja, okay, warte, lass uns kurz starten, ich werde Mörder, ich kill euch alle. Okay, let's go. Äh, Lukas, wo bist du eigentlich? Äh, hier. Welcher? Der was springt? Ja. Ey, Lukas. Loll. Ey, die Huchste tot. Hä, wie sind die gestorben? Digga, weiß nicht, ich lass mal Schlüssel suchen. Warte mal, bist du der Mörder? Oh! Oh mein Gott! Digga, das kam jetzt ja übel unerwartet. Damit hat ja keiner gerechnet. Okay, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut da rein und macht's gut, Leute. Ciao!